So, und da hat er extra gemacht, so praktisch für die Kultur. Ein Wort für Kultur und jetzt kann man Charlie sagen, ich hab zu viel geredet. Charlie, Oma Rani-Scheide. Weil man so viel Stange hat, wie sie sind. Das mag ich, mh, ne Stangenknüfte, lecker, lecker. Und wenn die Stücke Fleischswort kommt, das mag ich. Und die ist ja so weit von, lecker, lecker. Das ist was für so ein Gereinung. Willste hier in Ruhrporschen mal was essen? Kannste alle anderen wohl vergessen? Schießen, ist ein Scheckenmarsch passiert? Willste meistens nachher noch die Mieren? Da kommt die schöne Knie raus. Mit lecker Fleischwurz oben drauf. Das mag ich, mh, ne Stangenknüfte. Dann mag ich auch, mh, ne Stangenknüfte. Und wenn die Schöne rauskommt, das mag ich. Hast du auch mal hoch? Endlich Pause. In der Furze hochkacken. Und reuze dich dann nachher auch zu Hause. Das alles ist so hochkacken. Schrieb ich dann hier beim Fußball wieder. Als Zeit, bis das hier so gut kommt, singt denn hier gleich jeder an ne Mahlzeit. Da kommt die Sternentil drauf, mit leckerem Fleischwurst-Böben drauf. Das mag ich frisch und lecker, lecker, lecker. Was zum Abendbrot, das mag ich Abendbrot, wann muss ich dann bitte. Musst den Abendbrot dich wieder stärken, man, da kommt was ich schweiß. Fäng dein Schätzchen sofort an zu werken, aber nur an die Klitsche. Ist das Geld vom Monat mal zu Ende, ja, kommt doch eine beste Familie vor. Gibt's ja umgereiht euch auch ne Spende. Und jetzt fass mal genau auf, da kommt die Sternentil drauf, mit leckerem Fleischwurst-Böben drauf. Das mag ich, oh, mit lecker, lecker, lecker. Ja, das mag ich, oh, das mag ich. Und ich, das mag. Steigen, kippen, und dann ist was für Onkel rein. Das mag ich, frisch und wecker. Nein, lecker, lecker, Traum im Kern. Ja, oh, das mag ich. Du magst für eine Stunde die Sternenkippte. Das ist was für Onkel rein. Und du machst das bald auch. Ja. 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 Ja.